Leon! Leon! Alles klar? Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Er ist Obert Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werde es tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo und HQ, hören Sie mich! HQ und Echo, Bericht! Hey! Was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren. Los! Wir haben Spuren des C-Virus im Gas festgestellt. Es scheint dasselbe... Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. In Ordnung. Dann los. Komm und komm! Hier lang! Bleiben Sie weg vom Gas! Klar, keine Sorge. Schießen! Sie dürfen nicht entkommen! Ich war Echo. Wollen Sie Unterstützung? Echo, komm mal raus! Brauchen Sie Unterstützung! Hier, Echo! Schicken Sie niemanden her! Das Gas ist immer noch überall! Die Teams für Evakuierung bereit halten! Leon! Leon! In Ordnung. Dann los! Hier lang! Bleiben Sie weg vom Gas! Klar, keine Sorge. Wir machen einen Umweg zum Turm. Okay. Schießen! Hier drüben! Alles okay? Wie ist es da draußen? Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Mir noch! Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Mir nach! Leon! Alles okay? Wie ist es da draußen? Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evakuierten zu kommen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Mir nach! Mir nach! Leon! Alles okay? Wie ist es da draußen? Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Mist! Vorwärts! Ist das ein Wind? Moment, ich mach auf! Hör! Füßen! Wir müssen los! Okay, los! Ich mach das! Los, los! Wo ist das Auto? Gleich vor der Tür! Los! 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 Schnell! Geh! Raja! Nicht umdrehen! Weg hier! Mist, viel Glück. Okay, festhalten! Wo kommt die ganze Asche her? Vermutlich von der Rakete. HQ an Charlie, Planänderung. Tachi ist Sperrgebiet für Sie. Rückzug, warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo Team ist noch da! Sie brauchen uns! Rückzug, das ist ein Befehl. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Verdammt! Das ist schlecht. Sie wollen uns umzingeln. Wir müssen los! Ich hab's, ich hab's! Und... Ich hab's... Ich hab's nicht, wir müssen... Ich hab's nicht... Wenn du nicht... ... Jahre alt... Es ist nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht... Mist! Weiter kann ich sie nicht bringen. Der Turm ist gleich da vorn. Machen Sie beide weiter. Ich fahre zurück. Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Echo Team, kommen! Ist jemand da? Roger. Ach so! Oh, oh, oh. Na los, ich helfe Ihnen. Lea, das ist... Eda, ich dachte, sie wäre tot. Mist, es sind zu viele! Lea, da lang! Lea, da lang! Lea, da lang! Ich lebe, aber ich fürchte, es wird alles noch schlimmer. Vorwärts! Nicht hier! Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich lebe, ich lebe! Ich lebe, ich lebe! Ich lebe, 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 ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe! Ich lebe, ich lebe. Sie riechen aus Ihren Löchern. Leon, da! Weg! Hierher! Einsteigen! Leon, da! Weg! Hierher! Einsteigen! Weg! Missed! Was zu? Warum bist du? Verdammt! Ich krieg hier nicht hoch! Komm schon! Höher! Wo ist denn er los? Hoch! Der Heli macht es nicht mehr lange! Nur noch ein Stück! Helena! Geh! Mist! Festhalten! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ja! Ah! 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 Ah, ah! Ah! Ist das okay? Ja. Na, 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 na. Okay. Irgendwas ist hier faul. Noch nicht genug? Was ist? Sie wagen es? Ada! Sie haben... ...Reske so mitgenommen. Ich hoffe, Sie haben Freunde im Jenseits. Ihr wird sie niemand vermissen. Er ist riesig. Oh, ja. Nein! 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 Da kommt er. Achtung! Los, knallen Sie den Fass da ab! Ja! Jetzt ist er wohl wütend! Konzentration! Wir erledigen ihn! Das kann nicht sein! Ja! 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 Das war's für heute. Geh! Ja, ja. Geh! Du, sei verdammt! Du, sei verdammt! Sie fliegt aufs Dach. Hoffentlich funktioniert der Aufzug. Was ist? Ach nichts. Los geht's. Es ist mehr als nur Freundschaft zwischen ihnen, nicht wahr? Sie sind verliebt in sie. Was ist das? Gucken Sie lieber nicht runter. Hatte ich nicht vor. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Simmons! Er lebt noch! Sie hätte den Helikopter lieber behalten sollen. Die beiden haben noch einiges zu klären. Sie ist oben! Schnell! Okay. Genug geklettert. Sie sind erledigt, Semmel! Sie sind fertig. Sie sind fertig. Ich bin nicht mehr. Springen! Los, Leon. Vereilung. Ich kriege immer die Mist. Vorsicht! AIDA! Hören Sie mich! Schießen Sie jetzt! Helfe Ihnen! AIDA! AIDA! Helena, ich brauche Deckung! Leon! AIDA! Hören Sie mich? So darf es nicht enden. AIDA! 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 Lundere, Lundere. Oh, oh, oh! Ah! 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 Leon! Wollen Sie leben? Dann betteln Sie um Ihr Leben. Ich passe. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Nein! Nein! Machen wir Schluss. Man muss immer nach vorn blicken, Simmons. Man muss immer nachzudenken. Man muss immer nachzudenken. Man muss immer nachzudenken. Nein! Was willst Du? Warum? Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie ja nach. Nein, wir bleiben zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist unser Rückflugticket, wenn wir es erreichen können. Ihr gebt wohl niemals auf, oder? Genug ist genug. Endlich kriegen Sie, was Ihnen zusteht, Simmons! Für Sie ist noch ein Plätzchen in der Hölle frei! Jetzt! Los! Ist der weg? Das dachten wir letztes Mal auch. Wir müssen zu diesem Helikopter! Und je schneller, desto besser! Das dachten wir! Hoch mit ihnen! Leon! Alles okay! Holen Sie mich nur hier raus! Verstanden! Sie mögen es brutal, was? Okay! Was immer Sie tun, es funktioniert! Ich passe auf Sie auf! Ich passe auf Sie auf! Leippo Leippo In der Seele Hoch mit ihnen! Leon! Alles okay, holen Sie mich nur hier raus! Verstanden! Sie mögen es brutal, was? Okay! Zurück! 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 Was immer sie tun, es funktioniert! Ich passe auf sie auf! Helena, was ist los? Moment, ich kümmere mich darum! Nein! Rian, die Luft ist rein! Kommt wieder raus! Das ist übel! Wir müssen zum Helikopter! Fortschritte! Fortschritte! Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen! Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in dem Heli! Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält! Er will seinen Kopf schütten! Ich erwische ihn nicht! Auf die Beine! 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 Helena! Hmph! Erfischt, Bastard! Auf zum Heli! Der Boden ist instabil! Vorwärts! Helene! Hier drüben! Bewegung! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Jäger! Ja! Für meine Schwester. Na los, auf zum Hubschrauber. Okay, jetzt nichts wie weg hier. Ist das Adas? Leon, das sind... Beweise für Simmons' Schuld. Und somit für Ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Ich brauch das nicht. Helena. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Roger, wir kommen zurück. Bis später. Dann los. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020